ok jetzt müssen wir so alle ganz schön das darfst du uns doch nicht sagen mann sonst verstellen wir uns alle Guten Tag mein Name ist einfach ich bin ein netter Typ wie du dich anhörst ja ich würde niemals andere Leute töten in diesem Spiel da geht die Tür auf da war ein Zombie rechts ihr macht eigentlich Angst wenn ihr da neben mir schießt ja ja und am Ende liegt halt wirklich einer im Turm und lascht uns halt weg siehst doch kommen genau wie dieser Tarratschpass ey ich hab nen Headshot ich hab die 708 noch gar nicht geknippt scheiße wir sind ja wir sind in der Mitte ach du Gott wir sind voll falsch gelaufen jetzt die Straße von Lopatino willkommen hier haben wir doch gestern den sind wir gestern mit dem Wagen weggecheckert ne ne nach vorne oder? ne ich schwör der Wagen statt hier ja hier sind wir rausgefahren ja ich hab gepult ja gehen wir jetzt erst zu südlich in Racke oder? keine Ahnung wir kommen jetzt hier einfach gegenüber auf die auf die Hangar zu gehen und dann da werden so viele geholt ich hab guidance hier ist ein bisschen flutet ich hab nicht glaub ich angeschossen wer ist das hier der hier steht? ich bin's nicht ich hab nicht ich hab nicht ich könnte dann stimmlich grad ab und die Bandasen liegen dabei brauchst du Bandasen wo bist du? Eine hab ich noch geboren. Wie eine noch? Reicht doch nicht. So, ich hab noch zwei. Okay, was machst du jetzt? Das dahinten sind die linken zwei Hänger. Lass uns zu den linken zwei Hänger erst latschen. Ja. Einfach drüber. Lass uns bitte zusammenbleiben und sollten wir richtig viele Zombies pullen, rennen wir einfach in den Tower rein. In den Hangar. Oh, in den Tower. Ich hab schon einen gepullt. Das ist so geil. In den Hangar werden die ja gar nicht geslowt. Ab ihn. Ich glaub ich hab noch einen gepullt. Ja. Verschwende keine Silence, Monizone. Ne, ne, mach ich nicht. Ja, was mach ich eigentlich jetzt mit dem Fleisch? Brauchen wir gleich. Braten wir gleich. Ich könnte auch 2.000 Leben noch gebrochen oder so. Ja, aber dann brauchen wir irgendeinen Baum erstmal. Wir machen hinten auf dem Ehrfeld gleich ein Feuer. Wir finden noch eh nichts, Mann. Wir finden noch eh nichts. Auch immer so. Geh schon mal den rechten Hangar. Du kannst den linken Hangar abstecken dann. Ey, was? Wer kann von euch Hubschrauber fliegen? Ich kann das. So ein bisschen. Ja. Also ich kann fahren. Nicht aus einem Hangar heraus. Aber ich glaub ich flieg nicht mit, wenn du versteckst ihn dann erstmal. Wir können das schon mal für dein bestes Szenario planen. Also wenn wir einen Hubschrauber finden würden, müssten wir eigentlich alles, was hier spawnt, in den Hubschrauber lagen und dann wegfinden. Ich würd eher sagen, wir fliegen sofort mit dem Scheißteil weg. Und dann, und dann können wir uns immer noch drum kümmern. Geht schon mal hier mit den linken rein? Ich bin dabei. Komm mit. Komm mit den linken. Du hast gepullt. Ach du Scheiß. Machst doch erstmal rein rein. Da packen die. Da packen die nicht in den Hangar. Hängen. Hängen aus. Hängen aus. Ja, dann scheint gerne Vision. Lenk dir mal ab. Zwei Rauchgarten. Ich hab hier was. Halt so dunkel. Ich erkenn halt nichts. Ich seh alles blau. Ich hab hier alles geblieben. Oh cool. Wir haben 1911 Mac Drops. Krieglicht. Hallo Kollege. Hältst mir den Rücken frei, ne? Jojo. Seid ihr in beiden Hangaren? Ja, in meinem Hangar ist rein gar nichts. Hier auch nicht. Ah shit, ich muss nachladen. Hast du jetzt eigentlich noch die Dose im Dachladen? Snacki meinst du? Snacki. Snacki hab ich. Oh, hier kommen ziemlich viele Zombies. Wo kommen die denn alle? Oh, ich hatte jetzt fast auf dich geschossen. Ja, jetzt direkt in die Baracke, ne? Ey, was ist das mit dem Haus hier? Das Haus? Ist nur ein Industrial, glaub ich. Also nur... Ne, ne, das ist noch dieses kleine Haus. Ach so, nein. Da kannst du nicht rein. Das hab ich dir letztem schon gesagt. Ähm. Aber wir haben hier vorne geguckt. Ist ja jetzt nur Baracken und Hangar, oder wie? Hier sind nur Baracken und Hangar. Ich check trotzdem mal die. Was, 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 in der Baracke ist eigentlich gar nichts. Ich hab schon gecheckt. Okay, die Utiliter ist nichts gefunden. Ja, weiter geht's. Was, in der Baracke ist sie? Ist hier irgendwie ein Long-Distance-Zombie? Ich will einmal richtig einen weit weg Sniper. Ja. Sind alle noch näher als 400 Meter dran. Sie ruht ja noch auf 400 Meter. Das hier ist gar nichts, ne? Ist nur los. Wollt ihr ein Feuer im Wald machen? Ja, wir merken. Ich könnte Zombies zusammensammeln. Die kennen alle zum Feuer, oder? Ja, wir müssen bei so einem Baum probieren. Wir haben alle zum Baum probieren. Irgendjemand hat's getroffen? War's getroffen. Oder, Axel, schießt du nicht? Schieß nicht, ja. Ich hab grad ne Smoke geworfen. Ich hab die alten wieder... Noch ein Zombie? Wohin hast du ne Smoke geworfen? Ich hab irgendwie zwei Smokes geworfen. Ich verstehe das im Prinzip nicht. Ich darf niemals ne Handgranate werfen. Ich will die so aus. Ah. Ja. Ey, hat irgendjemand Platz? Oha, die FPS. Leute, ich kann das Fleisch nicht nehmen, ich hab keinen Platz mehr. Ihr müsst das mal aus. Warte, ich mach schon. Das ist bei mir im Rucksack. Ich hab alles aus eins rausgenommen. Ich kacke jetzt auf die Säme. Come on, baby. Bye-bye. Feier. Ich muss nicht immer wieder dran denken, wenn ich Feuer anmache. Liegen die... Liegen die eigentlich auf Boden? Dann? Oder hab ich die im Inventar? Äh... Du musst... Direkt in deinem Inventar. Oh, besser. Die snack ich gleich. Äh, haben wir noch Fleisch? Die ist vorher ausmachen. Ich hab kein Fleisch. Nein, eins... eins hast noch im Rucksack. Eins hast noch im Rucksack. Warte. Hä? Wieso kann ich... Ne, doch nicht. Mach den Kack jetzt in meinen Rucksack, oder? Noch Platz hab. Ja. Ähm... Wir haben noch Spiele. Auf dem Server extra. Scheiß drauf. Ist halt nur ein Spieler. Du meinst, warum wir hier so rum, wenn das hier ist die Baracke, ja. Fällt vielleicht ein Zombie. Gepullt einer. In der Wagen sind dann zwei bis drin. Hoa. Hinter euch, ne? Oh fuck. Wer ist das Hawk? Vielleicht längst sie? Siegt das Hawk? Bei ihm? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Lauf mal weg. Äh... Ist hier was? Der UC. Egal. Was sind denn P, D, W, Max? Personal Defense Weapons. Das ist die UC. AK. Hier ist AK-Munition. 17. Hier liegt ein Patrol. Was liegt da? Patrol Pack. Entschuldigung? Entschuldigung, was du heute kriegst. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir nie Loot finden. Warum nicht hier mit dem Patrol Pack? Hat das jemand gelootet? Kann jemand... Nein, man, die spawnen auch. Die spawnen auch klein. Okay, weiter. Auf geht's. Ey, das ist doch echt ein Witz, ey. Ich sag euch, ein Tower finden was. Wir haben noch die ganzen sechs Hangar... Hangars. Ja, fünf. Fünf und ne Baracke. Enghangs. Camlight. Bombi hinter uns. Spule für... Mh... Hier. Staffel Draht. Oh Gott. Dang. Lass in den Tower reinrennen direkt. Jojo. Hey, 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 hey. Ihr müsst außen rumlaufen. Äh, vergesst nicht, äh... Also ich laufe in den Tower rein. Ihr kommt da nicht rein. Ihr habt ein bisschen Leiter hoch. Heavy. Kann man so ausziehen? Das sind noch weiterxelfen. Das war nicht der Tower. Also ich hab die ganzen Zombies halt... Nein, nein, ich... Ich war nicht in Dill. Aber was meint da mit der Leiter? Wir haben ein paar hundert Zombies hinter uns. Boah, das wird gefährlich, mein Gott. Nein, jetzt nehm ich auf. Wir können vorne auch rein. Kann man hier nicht rein oder was? Doch, kann man. Nur über die Leiter. Die Leiter. Ich komm da nicht rein. Ne, man kommt doch so rein. Doch, ich bin doch grad durchgekommen hier ab. Lelelelelele. Ich kam da gestern nicht rein. Lelelelele. Einfach nach links und drängst mit der Maus wackeln. Sagst du zweit mal. Wir haben es gestern auch versucht, aber es ging halt nicht. Verdammte Scheiße. Ja, dann lauf das mal weg. Ich geh jetzt die Leiter hoch. Ah, ich bin doch getroffen. Eft aus dem Blatt. Alter! Was? Ihr dumme Idioten! Du hast ihn erschossen, Junge! Du hast ihn erschossen! Du hast ihn erschossen! Oh, bist du entspannen! Ich kann nicht... Ich kann nicht... nicht... believend auf ihn. What the f... Are you fucking kidding me? Du glaubst... Du glaubst gar nicht, wie leid mir das tut. Warum schießt du ihn denn ab? Das hat man doch gesehen. Weil ich nicht wusste, ob es er ist oder ein Zombie, weil er da durch die Gegend, durch die Skrugle Teil läuft. Er sagt mir auch nicht, dass er rumkommt. Sorry. Oh, ist das dumm. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Irgendwann erwischt sie ihn. What the f... Seriously? Oh! Mach ich jetzt einfach nur Respawn, ja ne? Ja... Ja... Eigentlich schon, ne? Die kommen bei dir vorbei und bringen dir alles rüber, was du willst. Ach shit, Alter... Ich hab so lange überlebt, Mann! Ich hab so lange überlebt, Mann! Sechzehn fucking Tage! Hast du... Auf dem Ding, dann scheitert es einfach an uns! Das ist so unfassbar! Ja, aber guck mal! Weißt... Du kannst dann Slowmotion gucken, wer dich getötet hat! Ich wusste nicht, dass du das willst! Tut mir leid! Mann! Fuck! Oh Gott! Das ist so bitter! Das ist unfassbar bitter! Ich wollte von allen... Ohne Witz... Von allen wollte ich, dass du am wenigsten stirbst, weil dein Chargen so lange lebt, Mann! Das ist ja so ultra bitter! Mir ging's doch nicht anders! Ich denke noch, sie stehen da beide und schießen an mir vorbei auf den Zombie und dann auf einmal... Fuck! Sanduhr! Scoreboard! You are dead! Moin! Doch, ich bin doch mal durchgekommen, ihr glaubt! Lelelelelelele! Ich kam da gestern nicht rum! Lelelelelele! Einfach nach links und rechts mit der Maus wackeln! Ja! Wir haben's gestern auch versucht, aber es ging halt nicht! Verdammter Scheiß! Ja, dann lauf das mal weg! Jetzt geht's die Leiter hoch! Ah, ich bin doch getroffen! Gift aus dem Blatt! Alter! Was? Was? Petros, keine Ahnung? Was? 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 Vielen Dank.